Oh, holy shit, was hat's mehr genießt. Die Augen fallen immer aus meinem Kopf raus, muss der wieder zurückstecken. Gut, fangen wir an. Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen den nächsten Cup. Ich möchte E-Sportler werden, dafür brauche ich offizielle Cup Earnings, Cash Cup Earnings. Nicht nur als Creator, da kriegst du immer ein Mindestpreisgeld oder hier und da. Da kann jeder gewinnen. Da musst du nur den Controller in der Hand halten und kannst Preisgelder gewinnen. Aber hier müssen wir richtig rein sweaten. Qualifikation für das Finale, die Top 2250, schaffen es ins Finale. Und danach gibt es drei Runden zu spielen und du musst eine Runde gewinnen. Dann kriegst du 200 Dollar. 100 Dollar pro Person. Das ist mein absolutes Ziel. Wir haben jetzt schon sehr viele Cups gespielt. Gestern war auch einer, der war gar nicht so unknapp. Wir sind noch mal Platz 6 oder so mal geworden, war noch mal Platz 5. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren, denkt dann den Crater-Code und schaut auch sehr gerne bei Julian vorbei. Der hat einen fantastischen Rucksack für mich, für die Cups immer. Ohne Bauen. Jetzt full Tryhard. Full Tryhard. Full Tryhard. Wir müssen, wir basieren unseren Playstyle darauf, okay? Ich erzähl's dir jetzt. Ja, ja. Dass wir jedes Game für diesen Bunker von Grand Glacier gehen, weil dann zwei Sniper drin sind. Okay? Ja, weil der Sniper so stark ist? Nee, weil die so gut zu dir passt. Echt? Ja, ja. Bro. Wow. Du bist ein guter Coach, weil du erkennst meine Stärken und baust auf diese aus. Du weißt, dass ich mit der Shotgun sechsmal daneben schieße. Das weiß ich leider. Habe ich leider gemerkt. Ja, genau. Und dann sagst du, komm, dann bleiben wir ein bisschen weiter auf Distanz. Das ist doch super. Ja, ja. Das eine Late Game, wo wir da auf diesen Berg rotiert sind und wir deswegen gewonnen haben, hast ja vorher zwei gesnipet. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Genau hier vor dir. Video kam heute. Das war genau da. Das war, weil es auch unsere Hood hier ist. Das war genau unser See. Ja, das stimmt. Ich habe eine Pump für dich. In Grau, wenn du die willst. Brauche ich. Brauche ich. Komm mal her. Zack. Liegt. Oh, eine Baune, Alter. Wow. Ich habe noch Quetschfrüchte. Komm sofort hierher. Ist das Finale direkt heute? Ja, wenn wir es schaffen, das Finale ist heute 22 Uhr das Finale. What? Ich habe noch eine. Nein, wir wollen nicht. Sauber. Wie heißt Julian, komm mit echten Namen? Julian ohne komm. Julian ohne komm, genau. Oder auch... Persono? Nein, das ist gelungen. Hast du... Ist dein Nachname public? Nö. Ähm. Den findet man schon. Okay. Uh, hübsche Waffe. Ja, ja. Schick. Also, es ist ein polnischer Nachname. Ja? Aber brauchst du nicht mehr. Okay, weiter. Was so typisch an so einem polnischen Nachnamen ist, halt einfach, dass man so ein Ski ganz am Ende hat. Ja, ja, klar, 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 klar. Also... Sehr, sehr, sehr viele Creator da draußen, die halt ihren Nachnamen nicht öffentlich haben. Mhm. Und da mussten alle nochmal zur Rezeption laufen und das mit Edding überschreiben. What the fuck? Ja, ja, ja. Hä? Da warst du erst mal eine große Anstellschlange, um die Karten abzuholen und dann gab's eine große Anstellschlange für den Edding. Nein, also bei öffentlichen Creatern ist doch nicht sowas, dass die so stressen wegen Nachnamen, oder? War ein paar schon, ne? Doch, war schon. Doch, doch. Glaub mal. Als ob jetzt. Komm jetzt. Hier ist der Tresor nicht aufmachen, gibt sauviel Gold. Hier soll eine Chess. Du musst den Chess liegen lassen. Ja, ja, wir gehen, wir gehen in den normalen Saison. War eine grüne Skar, die brauch ich. Ich hab sehr, 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 sehr guten Loots. Lass jetzt mal direkt die erste Runde ficken. Ich bin immer noch JZ. Ja, jetzt weiß ich auch, was es ist. Das heißt, dass du nicht eingespielt bist. Ja, ja. Aber ruhig, du bist voll drin, ich bin hier ganz oben noch, ne? Ist der Gegner bei dir? Nein, nein, ist keiner. Keiner ist beim Amulett. Keiner. Wahnsinn. Ich hab drei Medi-Packs schon. Ein BG. Alle dort? Yes. Gut. Lass ein Tresor kommen mit. Instant, okay. Nicht, dass da einer drinnen kämpft. Pass auf, ne? Pass auf, wenn du holst schon mal diesen Shotgun raus. Ich, dass da jetzt zu einer hinter der Tür kämpft. Man kann sich actually seinbanken, wenn man mit dem Auto hier reingebuckt wird. Hab ich auf TikTok gesehen. Ich hab deinen Nachname gefunden. Julian Komsky. Ja. Ist das richtig? Sack, wer liegt. Scheiße. Daher kommt das, komm. Jetzt muss ich nicht mehr das Durchstreichen. Zwei Steps. Spieler kommen, Spieler kommen. Aber merkt, ne? Komm hoch. Sicher? Keine Sniper, ne? Ist das richtig? Hast du irgendwas für Mobility? Ein Grappler. Aber ich hab auch keine Sniper. Okay, komm mit. Kannst du den hier nehmen? Nimm die Sniper. Ja, ja. Hol den Sniper. Ich hol den Sniper. So, dann wollen wir mal gucken. Ist das hier ne Sniper? Ne. Hier liegt doch eine. Dann nehm ich die. Holo ist drauf. Kürzere Scope-Zeit. Ja, Trommelmagazin fehlt mir. Ich wollte noch ein bisschen Gold. Lass mich hier noch ein bisschen chillen. Ich mag es im Trisor. Ich bin hier gerne. Ich will doch... Ich will dich Kills machen. Ah, ja, ja. Kills. Nochmal, normal, normal. Ich sehe hier wieder zwei Stests bei mir. Bleib in der Nähe, ne? Ja, ja. Komm, komm, komm noch zu mir. Trommelmagazin. Komm zu mir. Wir müssen auf den hohen Grund. Auf den hohen Grund. Auf den hohen Grund. Da gehen wir hin. Hast du das Alper am Munition? Am Munition. Ja. Geil jetzt auf den hohen Grund. Ah, mit dem Grappler, ja? Ja, ja. Scheiße. Oh mein Gott. Da hat ne Platte gefehlt. Das war knapp. Das wäre wieder so ein typischer Tod gewesen. Nein, nein. Das geht nicht. Zwei Bunker, war du ja. Schön. Schön, schön, schön. Komm mal mit. Ah, da sind wir da. Wo, wo? Mach hier. Da oben. Sei mait, sei mait. Sie bleibt auch. Er wollte mich snipen. Du kannst dich maybe jetzt schon snipen. Das ist ja huge. Das schaffe ich nicht. So hoch mit dem Bullet Drop. Ist nicht wahr. Lebt noch. Sind safe. Du schaffst das. 2 gegen 1 schaffst du. Die kommen. Die kommt im Jumping. Töte sie einfach. Alter, ich muss einmal weg. In ne schlechte Pose. Ich halte ne schlechte Pose. Also, dass der mich von da oben gesnipet hat. Mad Respekt. Oh, hier sind vier Gegner. Oder Bots. Ah, das ist Schützliper. Der ist nicht schlecht gesnipen. Pass auf. Der trifft Köpfe. Alter, Bullet Drop. Und nu? Die werden dann meine Marke abcampen aus der Hölle, ne? Ja, ich bin halt Solo. Die müssen mich halt pushen. Machen sie nicht. Machen sie nicht. Der versucht immer wieder einen Lucky Shop mit der Sniper, bis er auch trifft. Auf der Distanz von dem Gegner getroffen zu werden, ist geisteskrank unwahrscheinlich. Aber weißt du, Streamsliper hat natürlich immer noch mal was anderes, ne? Beide Sniper, Max. Das wusste ich nicht. Ich dachte, der eine hat einen Sniper und der war links mit der Sniper. Die haben beide. Das sind halt Streamsliper. Scheiße. Komplette Streamsliper. Vielleicht brauchen wir zwei Spots. Nein, nein. Sicher? So zwei Spots, so ein Alternativ. Wenn einer da links ist, ist es vielleicht noch einer hier so. Und dann haben wir so, weißt du, so eine Variety. Lass... So was da machen. Ja, was? Sicher? Er ist aber nicht. Er ist so smart. Ich hätte so gern gesniped. So gerne. Unleifend, ob wir freiskillen oder nicht. Ich wäre so gerne ins Midgame mit der Sniper gekommen. Zwei Leute auf mir. Oder? Nein. Doch, sie sind da, sie sind da, sie sind da! Drei! Hast du... Digga, hast du Delay drin? Einer fliegt hier. Hier landet auch noch einer. Alles voll. Auf einen zu uns. Hier sind... Drei Teams bei uns in der Nähe gelandet, ne? Drei! Drei! Hallo? Da in der Stadt ist was. Die wollten zu uns kommen. Und hier unten beim See. Gut. Gut. Ich habe alles gegen mich fliegen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ist alles voll. Sie sind da unten im Wasser, im Graben. Viele, viele, viele? Einer, ich habe nur einen gesehen. Er kommt, er pusht mich! Kann man? Ne, das sind zwei. Wir brauchen zwei Spots. Und echt zwei? Ich bin nur nackt. Ja, weil sein Mate war nicht hier. Ey! Da hinten ist er, da hinten ist er! Er schießt! 100. Sauber. Nehme ich nicht, nehm ich nicht, nehm ich nicht, nehm ich nicht. Ihn nimmst du nicht. Ich habe noch eins. Noch eins. Da hinten sind auch noch die Spieler. Ja, wir brauchen zwei Spots, macht keinen Sinn. Mehr Zahl? Er kommt. Rot. Hast du ihn? Ja, ja. Komm her. Du hast zu viel Angst. Ist alle echt schlecht. Bro, wir landen hier, weil hier keiner ist. Und dann landen hier drei Streams darüber Teams. Das ist ja dumm. Nein, nein. Ich freue mich, ich lege jetzt hier an. Das ist doch schlecht. Zu mir, zu mir. Wo bist du? Da hinten, die bist du da hingekommen. Ich habe auch noch keine Waffe, ne? Ich habe den AK gedroppt. Jetzt. Und ein Bandi. Oh ja, hier ist der AK. Und eine SMG. Wenn da jetzt jemand pusht, du bist tot. Blacks cream, wenn ihr ins Match geht. Keiner weiß, wann wir ins Match gehen, weil wir so viel Delay haben. Niemand hätte wissen können, dass wir da durch. Haben wir Gegner. Tot. Tot. Komplett tot. Soll ich hochkommen zu dir? Nein, ich bin eh schon tot. Ich bin eh schon tot. Soll ich weglaufen? Sag, was ich machen soll. Weiß nicht. Ich habe noch ein Medi-Pack für dich und ein Mini. S1, 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 S1. S1, 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 S1 nicht. Mann, was ist das für Opfer? Ich habe keine Lust mehr. Mann, das ist ein Opfer. Es macht keinen Sinn, dass ich da noch drin. Ey, es sind 8 Teams. Nein, nein, es sind 8 Teams. Wir gehen hier nie wieder hin. Wir gehen hier nie wieder hin. Das ist 8 Teams. Wir können jetzt, wir können jetzt eine Pause machen, wenn wir keinen Games haben. Über dir ist irgendwo einer, weit über dir Das sind drei Kisten. Nein man muss doch einen Clip machen, sonst kann man das nicht erklären Mit Worten nichts zu beschreiben Safe lass ich zu, ja? Ja, ja. Komm mit Jumper zu mir Hier sind noch Fässer und so. Heilt die sich bei mir in den Nähen? Die sind voll Fässer. Komm her. Komm mit Jumper zu mir. Komm mit Jumper zu mir. Komm mit Jumper zu dir, komm mit Jumper zu dir Fallen hier unter mir. Bei der Sitze Unter dir? Ja, bei der Arschtütze da. Im Berg Hast du da oben schon gelobt? Ja, ja, das ist echt. Geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Geht nicht was. Wie denn? Wie denn? Man, wie fliegst du? Wie fliegst du den Arschloch? Ja? Komm her, ich hab was für dich. Nein, komm du her. Nein, nein, komm du her. Das wollte ich für dich haben. Lass sein, lass uns zum Feier lassen. Ich hab noch Quetschfrüchte, wenn du eine haben willst. Soll ich die Quetsch? Ja, Job. Job. Oder so. Hier, hier. Hier, hier. Da ist einer. Obwohl ich Voll-Damage bekomme, obwohl ich eine Quetschschluss habe. Kein Sinn. Der läuft zurück, der läuft zurück. Weg. Hol ihn, Max, hol ihn. Hab ihn. Hast du noch eine Quetschfrucht? Ja. Gequetscht. Oh, er hat ein Bunker. Oh, wichtig. Hat er eine Shotgun? Irgendwas in der Nahkampfwaffe? Ja. Wenn wir da sind, sind wir halt tot, ne? Ich muss zu dir kommen. Ich brauche halt eine Waffe. Wird keine Shotgun. Habe ich schon guckt. Du hast mich geprägt. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Ich komme. Ich komme. Ich habe ganz wenig Eier-Munition. Ganz wenig Eier-Munition. Ich auch. Kein volles Magazin und nicht mal eins. Kommen Sie mit. Ich komme. Boah, dauert das lange da hoch. Wohin, wohin? Jetzt hab ich mir einen gruben Plan. Ja. Looten. Ungelootet. Hier, krass. Crabler für dich. Ja, schon. Dann nehme ich einen für mich Du musst doch die guten Waffen hier callen, Mensch Ich will die Falten vor uns hier Was denn? Soll ich da jetzt einfach hingehen oder von unten oder von oben wieder? Vom Jumppad aus? Vom Jumppad aus, ja? Dann laufe ich da schon mal hoch Ist doch geil Baller da drin, warum? Die Falten gegen Bots Vom Marker Kannst du mir kommen mit Jumppad? Ich sehe ihn, da ist er Da ist er, er kommt zu dir, da ist er Jumppad auf mich Jumppad auf mich Ich jumppad auf ihn, ja? Ja, ja, auf mich Da ist er I'm finished Ist ne Waffe für dich, komm mal Komm zurück, komm zurück Wo ist dein Maid, ist er hier noch? Nimm die Waffe, nimm die Waffe Ist dein Maid hier noch? Wahrscheinlich irgendwo ist er Die Waffe mag ich nicht, die nehme ich nicht Hä? Die Shotgun nehme ich Ja, die meine ich doch Komm jetzt Lass den Vault gehen, maybe ist er da Du musst Dingsen Meat shielden Meat shielden, kommt sofort Hier Wo rein? Da rein, ne? Ja, ja Nein, falsch steht Hier, Digga, ich bin so kacke da drin Hä? Wo ist die Sniper hin? Wir haben zwei Sniper rausgezogen Und der eine hat zwei Sniper oder was? Ist das schlecht? Oder hast du ne Sniper schon? Ich hab keine Sniper, ne? Bro, wie kann das sein? Jetzt gibt es keine Sniper Und der den Video getötet hat, hat keine Sniper Der andere muss zwei Sniper haben Richtig Bro Okay, lass weiter Kurze Waffe Bisschen geiler gemacht Hier Nein, nein Machen wir mal ein bisschen kurz Okay, Last Faison Reveal spielen, komm mal Du musst bisschen Tempo auflegen Nicht, dass die Sau hier noch irgendwo ist Naja, deswegen Nein, nein, komm mit Ich mach Vollgas Ich kann nicht schneller Ich kann nicht Ich bin voll, voll, voll am Sprinten Du zweifel ich Du benutzt dein Momentum nicht Das ist richtig Du musst so, wenn du von der Zipline springst Musst du so ab und zu Sliden Und dann Sprinten Und dann Sliden Und dann Sprinten Hier die ersten Punkte kommen Ein Gegner von mir Ist schlecht Von mir Ich bist weit weg, ne? Hier hier Nein, nein, das ist nicht weit Das ist nicht weit Du bist weit weg Nein, nein Darf ich grabbeln? Ne, ne? Noch nicht Jetzt Jetzt grabbel, jetzt grabbel Grabbel, grabbel, grabbel Daneben M60 Markier wo? 110 Er läuft da Hit, Sheet-Track Weiß I'm Strider-Time Komm Grabbel mit Geht da neben mir, geht da neben mir Geht da neben mir Geht da neben mir Auf den Berg Hilfe, ich brauche Hilfe Ich mach ich mal Grabbeln auf mich 143 Damage 70 Voll auf mich drauf Rüber nach Rüber nach Sauber Der ist hier, der ist hier Ist da unten? Ja, der ist hier unten Direkt bei mir drin Der revivet die gerade? Kann er nicht Sauber Digga, wie knapp Nur 1 HP Das ist so schlecht Das ist so schlecht Das ist so schlecht Damit ich da töten konnte Digga, wie viel Leben hat der dir noch gezogen? Ich hab kein Green Veal Auch nicht Hä, hab ich ein Medallion? Nein, nein Achso, ich hab ein Schild getrunken Boah, war das lost Wahrscheinlich war das Overschild Kann sein Ja, ja Irgendwie so Was ist da los? Nicht Hier auf dem Zug Ist das smart? Moment Nein, nein, das ist nicht smart Ich sterbe ansonsten Komm runter da Ich geh zum Bahnhof Da kann ich mir Metcels kaufen Das mach ich auch Das ist ein normaler Grappler? Also dieser Der geile Den du nicht benutzen kannst Ja Ich hab mir das eben noch Oder heute noch mal angeguckt Was du ja gemacht hast Dass du auf den Berg hochgehen wolltest Und? Das wäre eine Volkkatastrophe Sag ich ja Wo ist der Automat? Hat da noch was drin? Hier Einfach Leben wieder voll Einmal, ne? Hä, nur 80 Leben? Mann Was denn? Das Metcels kostet weniger Und du hättest vorher das Spiel Völlig schlecht Das bringt nur 50 Sechs Minis oder hier die Bandages mitnehmen? Sechs Minis Oh, das ist ein Medipack Das nehme ich Kannst du noch ein Medipack tragen? Nein Nehme ich das mit? Ich hab nämlich 3 Pigies schon Oder was hast du? 3 Bigs Ich auch Ist gut Ist gut Mit Nur noch 3 Grabs Wird die noch haben? Ich behalte die einfach Aber wir können gleich traden Ich hab eh nen Aber da ist der Super Grabler noch Ja, ja Den sollst du scannen Hab ihn Guck mal zu mir Wir müssen schon Leute töten Mit oder ohne Grabs? Mit, mit, mit Komplett Ah, da war anscheinend doch ne Sniper Tag den Chat Bei mir sind Schüsse hier in der Nähe Da hinten sind Gegner Da hinten sind Gegner Völlig open Ich hab halt keine Sniper Ich grab wieder einen Bei dem hat Die sind halt gestorben gerade Echt? Meinst du? Wo hast du gesniped? Ne, ne, da hast du noch rechts 100 Das ist noch einer noch Das ist noch einer noch Ach, ich glaub der wollte Hitcho snipen Pass auf Hier kommt ein Team wahrscheinlich Ja, ja So aus Der eine ist im Bursch Und dann sein Mächt hat den gesellt Guck mal und der hat einen Sniper Und die, die pushen die jetzt Die müssen wir töten Die stehen da immer noch Stopp, die darf uns nicht ziehen Ja, ja, deswegen Ist ein bisschen chillen Frage ist nur, warum die die nicht pushen Wir können die Komm, 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 komm Komm zu mir, komm zu mir Komm her Komm jetzt, ich push ihn Mit Grabler Max Ich hab deinen Maid, ich hab dir Feuerschutz gegeben Ich hab deinen Maid, ich hab dir Feuerschutz gegeben Du musst zu mir kommen Stepp bei mir, neues Team Neues Team für Tod Komm her Oh mein Gott, jaaaa Geil Geil ich Mach ich Warum haben wir so viel gepusht, Digga Ich versteh das nicht Ist das Sniper? Ich hab noch keine, ich will eine Äh, hier ist eine Hier ist wieder Scar, aber ich behalte meine blaue Scar, weil die hat die perfekten Aufsätze Nein Machst du nicht Das kriegt mir ein bisschen mehr Damage Ich hab wirklich alle, ich hab drei super Aufsätze Ich hab wirklich drei super Aufsätze Ich hab wirklich drei so starke Aufsätze Oh du die, die Sniper? Die hat gar keinen Aufsatz, die tue ich weg Spür die doch So, ja markier nochmal die Sniper bitte Auf mit der Marker Triple Marker Das ist ne, ey, das ist die Kack Sniper Hä? Es ist, es ist dreißigmal dieselbe Sniper, Max Null Sniper Ammunition, bräuchte ich Zwei Asog Visier ist das Schlechteste Lieber gar keins, oder holo, oder full, aber das Asog krieg ich, komm ich nicht klar ACOG Na na Digga, sechs Kills die Runde, wir räumen auf, ich hab auch einen gemacht Aber wieso wurde ich wieder engaged, wenn wir im Fight waren? Man, ich könnte da so kotzen, ne? Reiten auf Dänse, wir wollen da auch rauf, maybe? Lass hier, maybe ein bisschen lushern Maybe kannst du ja anstarten, ne? Das werde ich versuchen Hier, lusher mal auf den Zeig mal, wo ist der? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh Man, man Try again Oh, er fliegt zuerst, nicht schießen Lass ihn kommen, lass ihn kommen Und schießt spät Schießt, jetzt 24 24 24 Hast du diesen Advancen Scrappler? Deine Huseen Ist in nem Fight Tötet 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 Ja, ja, aber dann können wir das andere Team töten Kannst wieder da gucken Guck mal, der steht ja vorlaufen Ja, aber lauf mit mir mit, lauf mit mir mit Was machst du, wo bist du, wo bist du? Achso, ich bin der Wusch geblieben, ey, ich bin der Wusch geblieben Man Achst dich? Bin tot, ich wurde gesniped, ich bin tot Nein, das Crack Haben wir noch? Ich muss mir den BG geben Nein, nein Wir haben einfach ein Team gepusht auf den Berg, das ist nicht voll lost Bro, die sind tot schlecht, Max, das checkst du nicht Die haben mich auf 20 AP runtergehauen Die sind so arsch Beide, beide Hast du ein Mini? Nee Die sind 30, merkt jetzt Hat der eine andere Sniper? Ja, aber auch ACOG, oder? Nein, das ist kein ACOG, das ist ein Long Ass ACO motherfucking Dreck Ja, aber was sehe ich hier vor mir? Okay, die ist besser Aber jetzt ist hier eine lila, ne? Macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Ich brauche noch einen Biggie Und ich brauche jetzt mal ein Medipack Da liegen 40 40 was? Madgids 40 Medipacks liegen hier Snipe deiner? Äh, 40,5 Madgids da unten Mach hier nochmal genau 1, 2, 3 30 Madgids Gut, nehm ich mir so mit, ne? Geil Ich komm mir in ein Medipack rein Oh dear Fein Hast du noch mehr Sniper Munition? Hier ist so ne Popung Ist das unser? Ja, macht die auch Die gehört nicht uns, aber kannst auch mal Stehlen Hier ist auch einer gestorben, die waren noch Sniper Schüsse, die sind Minis, die sind alles Team Team von der Insel fliegt Kann man doch gar nicht treffen, oder? Noch was fliegt von der Insel Okay Nimm deinen Grapplein in die Hand Und wir gehen Auf uns Gegner Der läuft, der läuft weg Max, du musst auch Mistaken Fuck 60 Das sind in dem Reboot Er hat mir der Jong Hey, fake call Komm mit mir, komm mit dem Grapplein zu mir Komm mit dem Grapplein zu mir Komm mit dem Grapplein zu mir Wir holen ein anderes Team Irgendwann hat da Reboot es Zweiartiges 23 Deine ist fast drin 116, der hier Kannst du auf, Grippin Ab ihn Muss nachladen Pass auf, du hast keine Deckung da unten, Mann Ich hab Bunker Ja, geht's gut Der wo ist sein Kackmate Ich hab so Angst, dass hier ein Typ von hinten kommt Das ist ja so eine typische Hintenszene Du musst ja auch nicht mistaken Mach aber das, was ich mach Mach das, was ich mach Mach das, was ich mach Lauf mir einfach nur nach Wo ist dein Maid hin? Hattest du ihn getötet? Ne, ne? Nein, nein Komm mit Der war direkt hinter ihm Der war unmittelbar hinter ihm Mietchile mal diesen Busch weg Ja, dann warte doch Ne, du bist doch der mit der Taschenbunker Nein, nein Hast du keine Taschenbunker mehr? Warte Ich glaub in den Büschen ist keiner Ja Geh mit Grappler Ja, ja Noch einen zweiten Busch Ok, hier können wir Kills machen Ok, die Schüsse sind ein bisschen weiter hinten Kannst du einen von den snipen? Links? Kannst du dich snipen? Markier Da Da, was er ist Markier 50 Soll ich mitkommen? Ne, ne? Ich wunsch den kurz alleine Boah, aber nicht sterben, bitte nicht sterben Egal was ist Ich sterb mich Was oben? Ihr müsstest sehen Siehst du den? Steps, steps, steps Bei mir close Hier unten irgendwo Ich hab die Steps gesehen Im Haus ist es okay Come back, come back, come back Come back, come back Da in den Büschen welche, Max In den Büschen welche Soll ich da rüber snipen mal? Ja, ja, versuch Da hinter einem Gebäude ist was? Boah, nicht so viel schießen Wir unter uns auch noch einer Pass auf, ja? Ja, ja Da unten ist direkt einer an der Tür Der sieht uns, wenn wir hier rüber peeken Oh, jetzt wird's wieder intense Die Scheiß geht Wir müssen gleich unseren Grabler utilisen, okay? Oh, oh Wow, wow, wow Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Der hat die Dings weggeschossen Komm zu mir, komm zu mir Steps hinter uns auch Steps hinter uns Mit dem müssen wir halten Nicht halten Wir müssen die Pärs haben Da! Wir müssen die Pärs haben Harschloch, Elm hab ich Komm auf mich Jetzt schießt ein anderes Team auf mich, Marz Der da, der da rein Awesome Da schießen Teams auf uns, ich hab keinen Heal Ich hab keinen Shield mehr Du hast'n Grappler, du hast'n Grappler Ja, aber keinen, 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 keinen Shield mehr Nur Medi-Packs Hab' ich noch zu nehmen? Ja, ja Ich nehm' die noch Ich nehm' die noch Ich hab' ja mir nicht mehr Fünfer-Ticks sind böse, oder? Sogar, ich nehm' eins und dann grabbel' ich raus Haben wir noch? Zwei Ich hab'n Busch Am besten nicht Full-Exposen lassen Und Was ist'n mehr der? Wir müssen dafür hin Ich geh' für den Loot gleich, okay? Sind da Gegner drinne, oder was? Ich hab' hier was Komm mit mir Komm mit mir Nee, nee, der ist peak, der peak Der peak nur auf dich Ich muss ihn vielleicht versuchen Kleid' einmal nach Hier ist die Ich bleib' hier noch ein bisschen Hier ist echt gut Was? Da komm' ich gleich ganz schön Das ist ne mythische Tactical Für dich Hab' ich doch schon Ach ne mythische Das Team macht übertriebe ein Auge auf dich Ey, du musst deswegen auch zu mir Wir gehen von Highground auf die Willst du grappeln? Ich muss Scrap-Man ohne dich Ich muss Scrap-Man ohne dich Max, bist du Da? Nein, nein Du darfst nicht pushen Du musst mich Du musst mir healing jobben Ich hab' ein Medi-Pack Liegt Ja Nicht peeken Ich lag' nochmal nach Sind wir hier in der Zone Komplett Anderes Team hat gefightet Ich werde da das andere Team Wir haben Saun Wir gehen die gleich hoch Max Siehst du das? Ich schaufe auf die Web und wo die Zone Input Ja Wir gehen gleich auf den Berg hoch Mit unserem Grappler Oh mein Gott schaff ich das? Du hast einen Grappler Den Das schaffst du Du musst aber Ich hab' hier echt krank Engel Ich hab' hier krank Engel Ich hab' hier krank Engel Nein, 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 nein Oben hast' einen 20x beim besten Engel Chill kurz Nein, hab' ich nicht Ich sag' sogar Valla Okay, okay, ich glaub' dir 110 hast drin Schack Okay, wichtig Und Max' Priority ist die Position Hier hoch Ey, du musst'n zweimal grabeln Ja, ja, zweimal Du bist tot Es macht keinen Sinn Du weißt das ja nicht hochkommen Ich komm' ich hab' viermal grabelt Ich komm' da nicht hoch Kein C Ich war nicht mehr bei der Hälfte Ich schaff's Ich komm' da nicht hoch Du schaffst das alleine Vier Gegner noch Oh, oh, ein Duo nur noch Das schaffst du Das ist ein Arsch noch stark Sauber Schön Nice Ja, schade Steif'n zweiter Platz Geil, geil 90 Punkte Eine Runde geile Das ist nicht geile Das ist gut Wir haben viele Kills Wir haben viele Kills Wie, wir, wie, wie? Was, was Erst hast du denn? down gegangen. Bro, es war noch nicht wahr. Ich komme da in tausend Jahren nicht hoch. Niemals. Wir könnten jetzt ein siebenstündiges Only Grappler Tutorial für mich machen, Bootcamp, und ich würde da nicht hochkommen. Ich komme da auch nicht, da komme ich auch nicht in zehn Jahren hoch. Das ist, das, dieses Berg, mit diesem Gerät komme ich nicht hoch. Doch, doch, doch. Guck dir, guck dir an, guck dir an, guck dir an. Zack. Weil die Kante nach oben geht. Siehst du? Zack. Zack. Und runtergefallen und tot. Du musst von einer hohen Position grappeln, nicht wenn du wieder unten bist. Du musst leben. Oh, die Digger hier. Guck mal, guck mal hoch, guck mal hoch. Fick mich. Zehn Teams. Zehn Teams. Zehn Teams. Zehn Teams. Alles klar, die Kontesten sich hier. Wir landen hier bei dir. Ich bin tot. Wie viele sind bei dir? Einer, ich sehe einiges. Schönen, ich bin bei dir. Track. White. Hol ihn, hol ihn. Schack man dir. Wir haben kein Damage bekommen. Komm her, Barrett. Eins. Drei. Zwei. Der ganze Berg hinter uns ist voll. Ja, ja. Lass mich die Waffen mitnehmen. Okay. Du wirst angelangt. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Das macht keinen Sinn. Schau mir einen Biggie. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, vorne hinter uns. Nein, 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 das ist unmöglich. Ich habe es dir gesagt. Du bist, du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Was laberst du? Guck mal, von wo wir getötet worden sind. Ja, natürlich. Weil hier zehn Streamsniper landen. Wir können nicht immer am gleichen Spot landen. What the fuck? Guck dir das mal an. Hier sind zehn Teams in den Bergen gelandet, wo noch nie jemand gelandet ist, weil das hier so scheiße ist. Was ist denn bei dem Station? Taschenbunkernimm. Richtig. Klar, musst du haben. Steps, das ist wieder der Bot. Hast du den getötet? Nein. Ja, dann ist es noch der Bot. Ja, dann ist es der Bot. Oh, du hast eine goldene Waffe. Nimm die. Ich brauchte nicht. Komm mit mir. Komm mit mir. Komm mit mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Nein, nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Nimm Mini. Ja, willst du einen Grappler haben? Wo kommt der denn überhaupt hier? Ich gucke, dass es der Bot ist. What? Ich bin runtergefallen. Da. 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 Ja. Das. Jetzt gab es durch. Boah, geil. Minis. Good. Einsatuerst du da draußen ist glaube ich in Noble, kein bisschen so schlecht. Nimm den Grappler. Ist noch mal Barretz? Wo tust du den Rappler hin? Ich komm da nicht hin. Hab ihn. Was soll ich wegtun? Bandit, bist du nicht weg? Das war so eine Art Diskussion. Das musstest du ausschließen in der Diskussion zuerst. Soll ich das Schild hier mitnehmen? Nee. Die Teilheit als Schutz und No-Bild ist nicht schlecht. Zauber auf dein Bauchgefühl. Aber Gold ist SMG sollte ich schon mal mitnehmen. Boah, das ist so mit nem Kaktus hier egal. Komm, wer geht zur Tanke? Hier ist doch der Super-Grabbler. Ist der nicht besser? Ich hab den. Komm zurück, da sind ein Gegner. Ich bin wieder im Gebäude. Du musst pingen, wo die sind. Ich hab keine Ahnung. Da. Komm zu mir. Die laufen zurück. Haben die uns gesehen? Weiß ja nicht. Komm mit. Die grabben hart, die grabben hart. Die grabben nicht. Die laufen zu Fuß. Da laufen sie mit harten Grabs. Komm her. Du bist nicht an mich. Du bist komplett weg. Ich glaub hier unten lang. Das ist doch ein Crappler, der sich immer wieder auflädt. Ich hab nur begrenzten Crappler. Die könnten uns jetzt, wenn sie uns gesehen haben, sind sie jetzt hinter uns und töten uns. Komm her. Soll ich jetzt Wasser springen? Überleb' ich das? Gut. Sauber. 2 wins, ne? Oh, wir werden gegrappt. Wo sind die? Wo sind die? Da. Sie sind da. Na? Nein, ist weg. 1 v 2. Ich muss das weg. 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 Ich hab ihn. Geh dich. Lande was oben. Grapple so viel wie möglich da oben. Jetzt. Ja. Mach. 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 Stark und ja. Digga. Ich bin getroffen. Was sind Minis? Hier war noch irgendwo ein Team. Eines Video hab ich noch. Ja bitte haben. Da ist neues Team. Neues Team. Ich hab's dir gesagt. Die sind noch welche. Bleib um, bleib um. Die aim auf uns. Erhard. Fass auf. Wir sind da im Busch. Wir sind ne Busch. Ich glaub den ne Sniper, wenn ich richtig gesehen hab. Bleib um, bleib um. Ich guck was es hier gibt. Ich bin ne Sniper. Das ist natürlich wichtig. Schießen auf dich. Soll ich zurückschießen ein bisschen? Ich will nicht, dass du gesnipet wirst. Fuck. Die kommen, die kommen, die kommen. Beide. Kammer. Beide. 70. Deine ist unten. Ich komm hoch. Oben, oben, oben. Bei mir. Ich mach Tür zu. Kein Leben. Heelig. 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 Vor dir. Vor deiner Fisse. Ich melde dich. Apfel. Und Apfel. Was nicht wieder anders ist. Lass ihn finden. Lass ihn finden. Nimmst du viel Leben mehr. Nimmst du viel Leben mehr. 36 und keine Heilung. Oh, hier ist ein Superkörper. Halt. Ich muss in die Zone. Schnell. Oh, schnell green heal, ne? Man, es geht hin. Anzusetzen. Chill, chill, chill. Naja, ich darf anders. Der Typ ist nicht mehr da hinten. Ich brauche wir. Müsste ruhiger spielen. Ich brauche echt green heal. Max, wenn wir stehen bleiben, bekommen wir auch kein green heal. stimmt auch wieder ich bin so ist nur green low wie viel gold hast du 300 dann kaufen medkits ist doch so angst dass die gegner sind jetzt laufen wir trotzdem hin weil die weg gehen aber die haben dann alle leer gekauft schon sage ich nein es gibt nicht so viel gold der einzige goldspot in der nähe hatten wir macht so oft taktisch smart ja denn dann muss kaufen die weg gibt noch medkits anderen sind hier nicht auf dem medkits und die us sind es da kommen die kommen die kommen die sind da hilft mir hart ne beide bin beide ich mach das da oben weg ok nein muss ich muss meine waffe hin ich glaube ich glaube du hast auch ein grappler du hast ein grappler, right? ja die grappeln zu uns hinter uns gerebootet ne? chate die grappeln zu uns 70 auf der mate 70 weit max, 70 weg ist er hinter uns wurde gerebootet ne pass auf ich hasse diese season warum? hinter uns reboot hinter uns reboot was war am loot? was war am loot? was war am loot? nichts schass wo ist der loot? wo ist der loot? ist er runtergerutscht links da irgendwo oh ich sehe nichts ich hab geblendet hinter uns war noch ein reboot wo sind die? hinter uns da irgendwo ja eins willst du eins haben? ja ich will da oben auf den berg in den busch ja lass den ok da sind noch schüsse in der zone ne? oder sind die hier drinne? ja outstorm aber wahrscheinlich gegen bots komm mit hast du den op grappler? ja komm mit soll ich die benutzen? ja ja deswegen sag ich ja komm mit da haben sie welche boah nicht mehr rappen? immer noch richtige kackwaffen irgendwie alles grün und hässlich wo sind die pisse aus der zone? wieder zwei punkte wichtig wichtig man guck mich an mein auge ist immer zu da sind sie, da laufen die Typen von unten so wie die irgendwie abfangen aus dem highground ja pass auf guck mal guck mal nach rechts da auf diesen marker wenn wir schießen hören die uns die pushen uns kotze 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 die grabbeln diesen hart die sind jetzt voll drin die können jetzt über uns sein schon nein nein geht nicht keine sniper ne? es macht halt so wenig Sinn keine heilung, keine sniper müssen gleich überleicht sein da sind sie immer noch jetzt da die treffen gleich was andere team vielleicht können wir da third partying keine start, der steht halt die ganze Zeit oh der steht da der steht halt wie so ein forsten komm mit komm mit wohin wohin markier mal öfter in welche richtung wir grob gehen du siehst aber wo ich hinlaufen ne? ja ich weiß aber ich weiß ja nicht wohin als nächstes zum glück bin ich ja vor dir da liegen bandages, die hole ich mir wo sie dir wo sie dir er ist aber looted pass auf die heilt nicht mehr wie wir komm mit gehen son oh 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 wie weit muss man denn komm mit ich komm mit komm mit dir mal hoch ist der selbe Berg du musst ganz so weit oben wie möglich selber tot mach mit tot mach mit tot mach mit tot ich bin tot komm nicht auf den Berg hoch du bist hinter du bist hinter ich bin auch daneben wo bist du Wo bist du? Wo bist du? In der Rufin geht es nach. Habe ich einen riesen Hick gegeben. Wer ist hier? Der kommt. Der f***ing Einsatzschild. Ich hätte einen Hick gegeben. Wer dead, wer dead. Ich kann nicht weg. Einer über uns, einer über uns. Weiß die, weiß die. Bist du over? Neues Team. Mein neues Team. Und ich komme denselben Berg nicht hoch. Wir sind viermal an Bergen gestorben. Warum machen wir die Berg-Action? Jedes Mal, wenn wir einen Berg wollen, sind wir tot. Das sind drei Teams. Wir können nichts anderes machen. Links sind andere Gegner. Rechts sind diese Gegner. Und das sind zwei Teams. Wir können nichts anderes machen. Wir haben jetzt zwei Matches und brauchen zwei Wins. Er kommt jetzt an dich, Max. Er kommt von hier unten. Den musst du töten. Passt alleine. Keine Waffe. Hat der eine Waffe? Nein. Darf sie nicht so hard chasen. Null Damage und nur eine Vector. Was soll ich machen? Der andere ist da ganz nach unten abgedüst. Ja kommt, lauf zu mir. Lauf zu mir. Komm mal. Sicher? Lauf zu mir. Lauf zu mir. Lauf zu mir. Wir laufen alle lang. Ja, ja. Wir laufen nicht ins Berggebiet sein. Was hast du? Noch ein Biggie für dich. Ich hab schon. Das ist gar wichtig. Geil. Use dein Biggie und dann komm her. Rein. Aufhören zu mir. Warte ist hier noch was. Nein nein nein. Das ist zu langsam. Noch kommt. Was heißt das? Sollen wir drauf? Noch nicht. Wir gucken uns die Lage an. Der scheiß Pferd ist halt in den Bahnhof und dann sind wir da tot. Der ist noch ein Zug. Da sind welche drauf. Ja ja. 100. 100. Nein. Pass auf. Komm zu mir einfach. Komm zu mir. Nicht weiter kämpfen, ja? Nein. Deswegen meine ich ja. Wir hätten nicht genauso jetzt einfach pushen können. Ich hätte nichts dagegen machen können. Von der anderen Seite. Ich war ja oben auf dem Berg. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Die Sipplein welche? Die Sipplein direkt über dir auf den Berg. Durch. Ist da nur einer. Der läuft weg. Der läuft weg. Er ist weggelaufen anscheinend. Schießt denn wer? Wie viel Almonie hast du? Ich hab nur 43. 49. Okay, die sind nicht in einem Full-Fight. Lohnt nicht, lohnt nicht. Guck. Ist der aber alleine? Nein. Eins. Zwei. Zwei. Hinterher so ein bisschen, ne? Nein. Denkst du, hey, sie ist gelootet? Chill? Da ist der Typ auf dem Dach, ich bin tot. So ist es schön. Chill ist nicht genug, er hat uns gesehen. Hast du einen Grappler? Nein. Lauf mal hinten. Schaffst du? Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Lauf, 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 lauf. Das wird zum dein Leben gehen. Ich bin weggelaufen. Kommen die? Bleiben, 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 bleiben. Die sind da. Auf den linken. Oh, da wird auch ein Team. Da kommt auch ein Team. Die greifen die von hinten an. Ist gut, ist gut. Die sind Full-Split. Das ist das, was ich gesagt habe. Was haben die für Waffen, Mann? Da ist einer. Ich habe nur 20 R-Monibau. Ich habe auch nur 22. Komm her. Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Du gehst voll in die Schüsse rein. Nein, nein, nein. Die sind alle aus diesem Ort gekommen. Wenn wir in den Ort reingehen, dann ist da keiner. Puh. Da sind gefühlt fünf Teams aus diesem Ort. Wenn die Teams alle weg sind, dann können wir auch sein. Da sind die Bandages mit, ja? Lauf einfach. Lauf einfach. Hier ist ein Grappler für dich. Grappler, Grappler, Grappler. Nimm mit, ne? Das ist meine. Hier ist ein guter Shotgun, den musst du immer callen. Ich habe den Grappler mit sechs Grapps. Hier sind noch eine Frucht, die haue ich mir rein. Lauf, lauf, lauf. Ist teilweise anlooted. Missionskisten wichtig. Oh, ne lila Vektor willst du sie haben? Ja. Ist gemerkt. Dann spielst du AR Money und ich spiele SMG Money. Ist doch smart. Hier ist ein Medi-Pack mit. In meiner AR Money. Dann du meine SMG Money. Oh, viel habe ich. Wo ist ein AR Money? Wo darfst du? Auch noch ein Stack. Kommt, kommt, kommt. Richtig. Echt noch weiter? Nicht weiter looten, lieber. Oh, was ist hier noch looten? Hier ist die Geschenkbox und so. Hier wird nichts. Hier ist noch eine Munitionskiste. Kommt, kommt. Du stockst, du stockst, du stockst, du stockst, du stockst. Das ist ein besseres Gar nicht. Nein, das ist ein besseres Gar nicht. Du bist... ...am warten. Ohne Sinn. Ja, ja, weil wir... Nein, nein, nein. Du lässt mich komplett allein. Wer schiebt für dich? Ist das? Schiebt essen? Naja. Fünf Stück krass. Ein frischer Grappler nehme ich mir doch. Wann? Oh, fuck. 60 Leute. Wir müssen halt einfach auf richtig geisteskranken Krampf die Runde gewinnen, ne? Überzeibs. Wieso? Wir müssen nicht auf Krampf. Wir machen es einfach. Wir müssen die Runde gewinnen. Ist auch ne Lüge. Müssen wir nicht. Ne? Reicht zweimal Zweiter? Ja. Okay, krass. Dann müssen wir Zweiter werden. Let's go. Zweimal. Zweimal Zweiter von zwei Runden. Warten ist laut, gut. Tief durchatmen. Wie Gold hast du? 52. 52. 230 Punkten ca. Gold. Irgendwo im Süden von unserem Gegner. Wo die Feinden? Da können wir hin. Jaja. Komm zu mir. Also wir haben ein Kopfgeld auf die, ja? Du musst in mir stayen, basically. Oh, pass auf, die sind hier. Auf Nacht. Wir müssen zusammen stayen. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Du musst in mir bleiben. Du musst in mir bleiben. In mir. Unkar. In gefangen. Die hat nicht sonst gesniped. Pass auf. Naja. Die müssen in die Zone kommen. Das ist der wichtigste Kampf der Runde jetzt. Was? Das sind die nicht aus unserem Bounty. Das ist das andere Team. Was? Das sind zwei Ops. Die sind ja super dicht aneinander dran gerade. Yes. Das ist keiner von den Skins. Boah, jetzt piss ich mir wieder in die Hose. Jetzt krieg ich so einen Shoutout über das ganze Rücken. Nein. Das ist der halt ganz doll. Will die so unbedingt töten, ne? Checkst du das? Das wäre der wichtigste Kill. Das ist auch krass, dass wir keine Sniper haben seit 4000 Runden. Da sind gerade die Gegner da hinten aber weit weg. Aber da sind Gegner. Die haben den Grappler an der Hand schon ein bisschen. Aber auch eine Sniper. Also pass auf. Ja, die gucken voll. Oh, die kommen. Mit Quetschbären. Die laufen nach rechts ab. Komm mit, komm mit, komm mit. Die laufen denen entgegen. Also entlang. Grappler einmal. Die sind da immer noch. Die schießen jetzt hier an. 24. 60. Der ist rechts hier, wir pushen. Der ist rechts hier, wir pushen. Der andere nochmal 38. Mach den Baum weg. Der ist schon weg. Der ist weg, ja. Der ist weg, ja. Pass auf, der Gegner. Pass auf, der Busch. Und welchen? Das ist ein Busch. 70. 100. 23. 22. Das andere ist hier wieder. Und wo jetzt wieder? Der von links. Stress. Komm mal rechts. Wir sind ja auch gegangen. Ich wäre mir im Fall. Grab hier unten. Auf diesen Berg musst du mir hoch. Wie viel Grappler Charger hast du noch? Sieben. Team Grappler ist easy. So, hier ist einer. Kommt hier. Wir sind gleich beam. 2. 2. 1. 70. Der Maid ist unten. Im Busch. Der ist weit, Max. 21. Crack. Ein, nur noch. Geh rein, geh rein. Crack der andere auch. 2. Keine Schüsse mehr. Right, Max. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Der fucking Vector. Ich hab keine Schüsse mehr. Ich bin komplett leer. Du spielst aber AR oder ist Vector jetzt? AR will ich spielen. Ich hatte nur nichts mehr. Ich brauch unbedingt AR Schüsse. Ich hab null AR. Ja, ja, ja. Ich hab vier Bonker. Das ist doch geil. Hier sind Minis noch. Darf ich Medipack nehmen? Ja, auf den Medi. Wir warten. Das war geil, Alter. So was brauchen wir. So was brauchen wir. Ich hab sechs Minis und drei Medis. Was hat der da hinten noch an Loot? Komm mit. Du brauchst den Grappler von ihm. Hab ich schon, hab ich schon. Ich hab schon den super Grappler. Okay, gut. Dann komm mit. Dann practicen wir's nochmal. Aber hier schaffst du's. Bei dem schaffst du's. Bei dem schaff ich's. Nicht so deep eigentlich. Wir werden halt auf gar keinen Fall sterben. Pass auf die Insel auf. Kann uns jederzeit töten. Warten die keine Sniper, die Gegner? Hier sind auch überall die Drohnen in dieser kleinen City hier. Wollen wir da mal gucken? Nein, nein, nein. Das macht bis zu viel Aufmerksamkeit. Warum will ich? Ich piss mir einfach in die Hose, weil ich so aufgeregt bin. Nicht, weil ich so direkt pisse. Das ist so krass im Late Game immer. Wir müssen die Runde gewinnen. Deswegen muss ich noch heftiger pissen. Checkst du das? Komm her. Warum? Denkst du viel? Komm mit. Wollen jetzt echt weniger denken als machen. Ich bin sicher, was da rumkommt. Nein, nein. Weil du verzweifelst, chokst du. No joke, sag ich dir. Okay. Bei der Ombach merken wir welche. Ich bin hier erstmal ginned. Ich brauch so dringendes Sniper. Ich brauch so dringendes Sniper. Solange wir keine Aufmerksamkeit auf uns haben, sind wir basically unsichtbar. Ist da, ist da. Ich brauch die ganze Zeit bonk. Ich brauch die ganze Zeit bonk. Die von allen, sie sind geflogen. Also, dass wir uns hier in diesem Kröchtergras... Warte, Baum weg. Ist halt maybe der Solo von vorhin. Und den bar pushen? Willst du das? Was gehen? Jetzt high. Jetzt high auf dem. Okay, lass gehen. Schaffst du es auf dem Berg zu grappeln? Ja. Unter mir? Er geht in den Untergrund. Nein, nein. Da gehen wir nicht rein. Steps, der kommt hier raus. Komm. Wer ist da? Der ist hier, der ist alleine. Der Sniper, der Sniper. Wenn wir ihn töten, haben wir den Sniper. Geh rein. Deine Apuna. Geh rein mit deinem Ding. Let's fucking go. Goldene Tag. Goldene Tag. Das hat sich doch gelohnt. Ich hol mir den Minipack rein. Ja, was tue ich weg für die Sniper. Die Minis, ne? Ja. Die popp ich mir noch schnell. Du hast eh noch Zeit. Das sind einer Tags noch. Zwei. Dann häuser die vier Flowberries rein. Hübsch. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Was macht der jetzt? Jetzt leg ich mir die Waffe mit. Die lege ich weg. Das tue ich hier. Jetzt bist du einfach nur zu mir, Hapun. Hapun nicht zu mir. Oben die Sniper, ich hab keine. Ich hab sogar was für dich. Hier Sniper hab ich nicht. Oben ist Fight. Oben. Wenn wir oben tanken ist es vielleicht W. Du hast keine Sniper Munition. Nein, nein. Krank. Nein. Ja und einer haut ab von denen. Ja, aber wir können trotzdem hierchen. Da ist noch eine Kiste. Wie geil. Das aufmachen. Nein, nein, lass die hier. Wir müssen gucken. Hast du Sniper? Wir können vielleicht einen snipen. Ja, ja, ja. Okay. Aber bitte wendern für Hedge-Shot wirklich. Muss ein selber Hedge-Shot-Snipe sein. Dann sind wir full exposed und dann pressuren die uns und dann wird sie tot. Checkst du das? Mhm. All or nothing. Der next Zone ist auch da drin. Also, das wär die beste Pose. Ich hab wirklich keine Sniper Schüsse. Ich glaub die sind abgehauen. Kann das sein? Nein, nein, nein. Hinter dem Stein sind die. Ich hab so gerne snipen. Der hat mir Bunker-Ougen aufgestellt. Müsst du gleich da hinpimmeln. Bei der Savanne. Sehr gut. So ein Early-Mark ist wichtig für mich. Guck mal da, guck mal nach. Die müssen wegscannen. Die lassen nicht unsere Area ziehen in unsere Area. Boah. Was machen wir jetzt mit dem? Die werden pressured. Die schießen. Komm, komm, komm. Ab ohne. Komm mit. Wichtig, wichtig, wichtig. Fünf. Weg. Hab ihn. Komm mal. Komm rein. Richtig, Max. Starkwinde. Boah, ist nicht wie die Minipacks. Einmal aufladen. Steck doch mal Sniper-Munition. Immer noch keine. Nein, null. Jetzt hast du welche. Nein, nein. Oh, was ist hier Gold? SMG, SMG. Nein, nein. Wichtig weniger. Okay. Schau, ob du da einstunten kannst. Wichtig. Nein, nein. Nicht die. Wo? Die Links müssen lootieren, aber die haben Jump Pad. Die haben Easy Rotate. Muss nachladen. Und pull full hier hin. Das ist Arsch, die Rotation, Bro. Das ist Arsch. Wir haben keine Cyber-Munition. Das verstehe ich nicht. Wir haben vier Kills und so viel gelootet. Keine Cyber-Munition. Wir müssen warten eigentlich, bis wir hier oben fighten. Dann können wir da hingehen. Checkst du das? Ja. Darf ich den versuchen zu fighten? Ja, darfst du. Aber du musst echt für Heldschutz gehen. Sonst will ich tot an dem. Wir sollten gleich auch langsam hier links lang, okay? Wir sind überall Gegner. Wir warten einfach durch, bis sie fighten. Checkst du? Ich muss so pissen. Hier sind überall Gegner. Nein, nein. Schau, Max. Hier links auf dieser Gefahr. Da sind Gegner, die werden aber Jump Pad in der Zeit, wo wir jetzt zu diesem Stein laufen, okay? Von links muss sie meistens eher keine Sorgen machen, weil die haben die ganze Area. Schauen die da hinten an. Und deswegen können wir da for free laufen. Und wenn die fighten, dann göppeln die wieder auf die Pose, okay? Boah, das ist so kompliziert. Links. Nein, nein. Du musst aber mir folgen. Hier nicht, Exposen. Oben fighten nicht. Was? Schau hier, schau hier. Schlag von dir. Komm mit. Grepp dir einmal nach vorne. 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 Zu mir. An die Kante, sehr wichtig. Wir warten, wir warten. Nur noch ein Sniper Schuss. Ist der down, ist der downer Typ da hinten? Er ist knocked. Den wirst du bekommen. Komm mit. Nur ein Sniper Schuss. Grepp dir einmal nach vorne. Grepp dir nochmal nach vorne. Zu mir, zu mir, zu mir. Ich habe die Kante bekommen. Kommst du mir? Über dir, über dir, über dir, über dir. Komm, 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 komm. Keine Chance. Ist der downer Typ? Du bist tot. Max, das war ein Solo. Und oben ist noch ein Solo. Verstehst du das? Oben ist noch ein Solo. Er verlässt die Base. Er verschenkt den Win. Für sowas. Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen was ist über dir. Ein bisschen was ist über dir. Aber deutlich über dir. Der fliegt, glaube ich, weiter, ne? Ich habe auch. Ich habe Full Shield. Der fliegt immer noch. Der kommt zu mir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Hit 9.20. Bringt nichts. Es sind beide tot lost. Die haben beide null Weapons. Aber bringt uns nichts. Die sind so weit weg. Ich sehe nicht, wo sie sind, ehrlich gesagt. Okay. Scheiß auf die. Brauchen wir nicht. Hier ist ein Tag für dich. Ich nehme die mit. Ich habe die Supergranaten. Ich gehe an den See, ja? Mach. Ist er hinten gelootet oder nicht? Ich habe ein Shield-Fisch für dich. Kannst du mich nicht tragen? Ich nehme für Notfall diese Eisfische mit. Ich use aber einen. Das war kein Eisfisch anscheinend. Ich habe gepoppt. Es ist nichts passiert. Okay, krass. Hoch auf den Berg wieder? Noch nicht. Wir müssen die Runde gewinnen. Mit ganz vielen Kills. Die Korrektor nicht die schlechte. Noch keine Scar. Hier ist eine. Es ist hier nicht gekallt. Es ist hier nicht gekallt. Moment. Chill. Nein, nein, nein. Reboot, Reboot. Wollen wir rein? Ja, ja, wir gehen. Ich full engage. Neues Team auch. Was soll ich machen? Komm zu mir. Haben wir einen White? Ist der jetzt da hier? Nein. Mannock. Pass auf da, ne? Ist der ein Grappler? Ich habe keinen Grappler, nein. Benimm den da hier. Kann ich zu dir laufen? Ja. Wo ist hier einer? Ich tue einen Shieldfisch weg. Hau dir den da so rein. Nein. Hier und Use. Komm aufs Dach. Den Grappler. Zwei Grappler. Verarsch mich doch. Egal, du brauchst ihn um hier rauszukommen. Der Bot ist noch nicht tanken. Uh. Steps unter mir? Sehr, sehr schnell ist ein Spieler-Safe. Da kommt noch nicht hoch. Ich hasse es. Was machen wir jetzt? Wir haben einen von beiden Duos getötet, bro. Was liegt da? Der Bot ist hier solche Typen. Schild runter. Steps kommt. Steps kommt. Da kommt neue Spieler! Neue Spieler! Nein. Ah ja. Es ist. Mach was weg. Falsch da. Bot ist wichtiger. Wir holen den Bot sonst. Ich hole den Bot. Ich hole den Bot. Mach. Mach. Mach wenn du kannst. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? 81! 135! Das? Der Maid ist hier. Ich kann nicht klappen. Ich kann nicht klappen. Neuer Gegner, neuer Gegner. Ich bin tot. Ich war so Arschschritze, Digga. Ich hab Flopper und Medipack und alles. Okay. Wie boot ist der? Sein Maid? Der Maid ist hier noch down. Nein, der ist hier noch down. Sein Maid ist tot. Ich lieg hier noch. War noch ein neues Team. Das mit dem Solo. Boah, ich hab noch wenig Leben. Ich hab viel Heilung. Und hier hat Medipacks gefallen hinterlassen. Wenn du schlaffst... Ne, schaffst du nicht, ne? Nein, nein. Ich reboot dich. Ich hab's locker. Okay, ich hab ganz viel hier liegen. Hier ist die letzte Runde. Drei, zwei, warte. Nimm alles mit. Die Shotgun wäre eigentlich auch gut oder kann ich mir die gleich noch holen? Hoi dir. Wo soll ich landen? Darf ich zu meinem Loot landen? Du landest auf dem Berg und dann fliegst du auf dem Loot. Checkst du? Check ich. Oh fuck. Dachte wir gehen auf den einen rauf, weil wir sein Maid schon hatten. Ist da noch Heilung, weil du hast jetzt alle Medis, ne? Ja, ja, das ist noch. Klopper. Healing ist da auch. Ich job dem Big. Nimm meinen Feuer. Lieber mal einen Notfall-Medi, falls wir uns trennen. Boah, ist das intens. Hast du ein Sniper? Ne, ich hab keine Sniper. Dann gehen wir in den Vault, komm mit. Boah. Ein Flopper und ein Medipack. Die Tür muss man aufmachen. Ich fahre mir medkit. Geh hier rechts. Ich hab das Simular nicht. Simular? Simular ist verrückt. Komm, was ist das? Was bedeutet Simular? Gibt es das für ein Wort? Nein, ich wollte Amulett sagen, aber ich hab's gar nicht geschafft. Noch ein Medipack. Geschenk. Sniper. Ich hab da... Einen Grappler, wenn der sich liegen. Brauch Sturmgewehr-Muni und Shotgun-Muni. Boah, willst du die haben? Yes. So, jetzt muss ich hier schnell Sachen drauf machen, ja? Sniper mit dem Visier. Schnell nachladen. Nicht kein Gold, scheiße. Was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Nichts reicht, hab alles, hab alles. Komm da raus. Noch ein Medipack. Du hast noch genug Heilung, ja? Ja. Ich hab drei Med-Kids. Ich kauf dir noch eins. Komm her. Gehst du lila, ne? Random. Ja, ne? Komm her. Lauftisch mal. Ja, pop eins und lauf dann in Sonnen. Ich kauf halt noch eins, deswegen. Krass, wir leben. Soll ich auch noch zwei Wechsel kaufen können. Kommen sie? Ich laufe die Zone, ja? Ja. Teife-Munition brauch ich gleich und AR-Munition. Boah, ist das intens, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr. Was war? Team mit. Die waren einfach im Busch. Ich wollte die Zone in den Busch. Ja, die sind immer noch. Digga, das kannst du keinem erzählen. Bro, ich pack's nicht, ne? Mental. Der Einsatzschild. Come on. Schön. Oh, sauber. Oh, ich bin, ich bin total am Ende. Geht nicht. Ich bin, es ist vorbei. Es geht nicht. Du kannst nicht so im Bruch sein, bevor wir die letzte Zone ausgespielt haben. Ich bin komplett im Bruch. Ich hab' mir gefragt gerade mein ganzes Leben. Warum will ich überhaupt E-Sportler werden? Warum? Wofür? Warum tue ich mir das an? Ich find' keine Worte für die Situation, dass die da im Busch chillen. Weg, weg, weg. Wohin soll ich? Zu meinem Loot? Nee, ne? Bisschen weit. Zum Immediaten Pump. Bist ein Grappler? Viel zu cool? Nimm' minimal. Nimm die Pump und machen die Grappler. Pop nicht Pump. Ich hab' mir ... Wow, Grappler mit 10. Sonst gibt es dieеро jamsten zwei, die nur noch zu Zweieren haben. Danke dafür, Mann. Mann. Hier. Hier ist das. Du hast die Gegner komplett gefickt. Hier ist das auch. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Hast du die Gegner geisteskrank gefickt eigentlich eben gerade aus dem Busch? Hast du das nicht gesehen? Natürlich habe ich es gesehen. Aber für meine Definition ist das Geisteskrank gefickt. Und deiner auch? Ja, also. Hat immer noch. Du weißt. Was hast du immer noch? Gott. Naja, gut. Aber du weißt, was ich meine. Was ist? Nichts. Boah, fuck. Ich bin doch den Grappler. Willst du Sniper spielen oder soll ich Sniper spielen? Willst du. Den Grappler. Dann carry du die Mad-Kids. Gerne. Hier hinten sind noch Munition. Du hast immer Munition. Das macht mich richtig sauer. Ist so ein Einsatzschild? Das will ich. So, wo ist jetzt die, wo sind die Waffen jetzt hier? Wo hast du irgendwas geben? Wo hast du jetzt wieder Zeit? Was? Grappler. Ich gebe dir Grappler. Nein, ich habe den Grappler schon. Du musst mir nichts geben. I'm good. I'm good. Aber ich will trotzdem die Sniper umf. Achso. Ich habe die Sniper gebraucht. Du hast doch gesagt, dass wir die Sniper spielen. Nein, ich will die Sniper bestimmt gesagt. Nein, nein. Du hast gesagt, du kannst es spielen. Ich schaff's nicht in die Zone. Ich füge die Sniper raus. Hier so eine Kiste über mir, die mache ich noch mit. Aber nimm meine Sniper nicht. Ich spüre es mit weh. Hier. Die Sniper ist nämlich noch mit. Sniper ist im Markt. Im Keller, okay? Ich darfst du alleine. Im Keller? Wie komme ich da hin? Ich sterbe. Ich habe keine Heilung, ne? Du hast drei Mad-Kids. Habe ich nicht. Was laberst du? Du bist ein... Du bist so ein Falschgeld. Jetzt muss ich hier extra holen. Checkst du das? Du, stimmt, ich sterbe. Ich sterbe einfach. Okay, in die Zone. Ich hole schon die drei Mad-Kids. Ist das deine Waffe hier? Die Striker? Ja, ja. Soll ich die liegen? Darf ich die haben? Nein. Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay, ich gehe in die Zone. Sogar drei Mad-Kids. Du musst ja mehr kommunizieren. Nein, nein. Das war als kommuniziert. Das war markiert, kommuniziert. Du hast direkt neben dem Mad-Kids. Du so... Willst du die Sniper oder ich? Ja, okay. Ich kriege deinen Grappler. Du nimmst die Medis. Ah, nee. Ich habe den Grappler schon. Sniper liegt im Keller. Nein, nein, nein. Und dann so. Das ist basic Anwendung. Du kannst laufen. Ich brauche die... Ich brauche die Minis. Das wird jetzt abgelegt. Das wird laufen. In diesem bisschen ist es Maybeware. Nein, nein, nein. Da ist es dann. Komm her, komm her. Komm her, grab her. Gib her. Gib her. Woh not. Äh, äh, läuft weg. Grab her, grab her, grab her. Hallo. Ja, ja. Ich muss erst mal hier ziehen. Nein, nein. Zwerbel, zwerbel, zwerbel. Und grab her. Wie frisch. Da hinten. Snipety, snipety. Das sind zwei Teams, zwei Teams. Du kannst beides snipen. Markier, markier. Engage, den. Was ist das? Double markiert. Double, triple. Komm, grab her. Grab, 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 grab. Erstmal runtersliden und grab. Du kannst voll abschrauben. Er pusht mich. Das ist 1HP. Aber noch einer, einer, einer ist noch. Der Wälder ist da hinten. Der hat das, äh, Amulett. Da, da, da. Der Wälder. Max, 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 du musst du mitkommen. Neues Team. Schieß auf das neue Team. Schieß auf das neue Team. Schieß auf das neue Team. Neues Team. Neues Team. Das ist der Slyper. 110er. Oh, der ist so weit, ne? Tot sind sie. Neues Team. Neues Team. Nochmal neues Team. Ich habe keine Slyper-Munition mehr. Keine. Ich brauche welche, Mann. Ja, helft dir? Gut, ich habe welche. Ich habe Minis. Ich trage gerade nur Minis. Die sind doch scheiße. Wie viele Minis hat der einen? Kacke. Komm, grab her zu mir. Grab her zu mir. Ich finde Minis besser. Ich nehme drei Medis anstatt Minis. Leid ihr eine Ska mit Scope? Ich habe eine. Ja, ich habe eine Ska mit Scope. Jetzt. Willst du die haben? Wir müssen die Runde gewinnen. Das sind wir nicht im Finale. Punkt, Ende, aus. Der Bunke war hier eben nicht. Pass auf. Halt hier drunter. Hast du alles, was du brauchst. Soll ich mir Schild irgendwie machen? Wie viel? Hast du ein Amulett? Ich habe zwei. Oh, hübsch. Glaub ich nicht Slyper? Nein. Sag mir wo. Da. Pull open. Oh, durch die Beine. Pull open. Pull open. Halt, shot. Er ist tot. Fick mich doch, Alter. Bleib, wo du bist. Bleib. Nein, nein, er ist knockt. Er war nur eins. Er war alleine. Er ist raus. Er ist in der Lobby. Nicht knockt, dann ist er finished. Finish. Bleib, wo du bist. Wir haben einen Zone da. Ich loote ihn nur kurz. Bro, der ist weg. Halt, maul. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Checkst du das? Über diesen Gegner. Da ist ein Schweizer. Ich weiß, ich weiß. Bro, der ist, der Bullet Drop. Er war schon hinterm Berg. Und der Bullet Drop hat sich am Berg abgesenkt. Aber hier kommen Gegner. Pass auf. Nicht, nicht overpicken. Die sind da, die sind da. Komm zu mir, komm zu mir. Hier musst du chillen. Wenn du jetzt overpickst, ist es over. Jetzt hat sich, wieso sagst du das? Ich kriege jedes Mal eine Schüttelfrostattacke. Schau mal auf die Zone und schau mal auf den Marker. Da müssen wir gleich hin eigentlich. Um eine beste Pose zu haben. Das wird nicht einfach. Doch. Wenn du was dich schaffst mit Grappeln, dann... Ich werde auch ein bisschen gucken. Wir müssen ein bisschen Quilz auch machen. Ich brauche die Punkte. Ich glaube, der Bullet Drop steht. Jetzt, 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 jetzt. Geht nicht, geht nicht. Wo ist er? Da, da, da. Wenn er jetzt an Hedges-Types stirbt, ist es... Ich sehe schon wieder keinen Marker. Ich kriege den Colmen. Geh voll mit. Geht dann direkt neben uns. Halten hier. Nein, nein, der Leicht. Der Leicht, der Leicht, der Leicht, der Leicht, der Leicht. Die sind wichtiger. Das ist nicht. Das ist nicht mehr. 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 Okay, Max, komm mit mir. Komm mit mir, okay? Du musst nachladen. Nein, 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 nein. Okay, okay, go, go, go. Wir können hier ein bisschen schön, aber wir können die Leute hinter uns holen. Pass nur auf die oben auf, auf, auf den Berg. Lex, du siehst hier nicht, du hast nicht hingeguckt. Du guckst dich hin, du bist voll Sniper, Bill. Hab eigentlich finished. Guck mal, da siehst du ihn, er overpeaked. Lass uns rein. Habt ihr 100 Zieler da oben gegeben? Nein, nein, unwichtig. Snipe den, Snipe den, Snipe den. Snipe ihn, Snipe ihn, Snipe ihn, Snipe ihn. Er guckt nicht. Man. Wir müssen die Purschen, wir haben keine Bunker. Wir müssen die grieven. Geht uns. In meine Box. Hier unter mir, über mir. Ja, da, da, hab ich. Hier ist Spare-A-Stütze. Links, kommt was. Hier kommt was, hier kommt was. JJ, ruhig. Ich sehe sie, sie haben mich gesehen, glaube ich. Muss nachladen. Oh, 160, one hit, one hit. Ich will der Entschuss halten. Was soll ich machen? Bist du tot, tot, tot? Tot, tot, tot. Kann ich es irgendwie schaffen? Du musst in die Sonne. Nein, lauf, lauf nach Seiten, links. Lauter aus. Kann ich es irgendwie schaffen. Auf unsere alte Base, auf unsere alte Base musst du gehen. Links auf der Bridge. Das ist unsere alte, nee, der kann sich nicht mehr hin. Das ist ein Solo auf der alten Base. Right now. Okay, noch nicht. Das ist ein Duo. Geh hier an die Kante und hier musst du chillen. Unten ist Team, unten ist Team, unten ist Team. Das kann nicht sein. Ich war selten im Gaming so gebrochen wie jetzt gerade. Verstehst du das? In allen Games, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. 202 Punkte von 230. Ich habe es einfach nicht geschafft. Boah, Schaden an Spielern, 2000. Das war meine beste Rücken überhaupt. Das ist so krank bitter, ne? Wir brauchen für nächstes Mal zwei. Wir brauchen für nächstes Mal zwei, Trotz.